Willkommen zu MG News, Kalenderwoche 49 und das sind die News der Woche. Ubisoft kündigte im Rahmen der The Game Awards den neuesten Teil der preisgekröten Far Cry Reihe an. Far Cry New Dawn wird am 15. Februar 2019 erscheinen und entführt uns in eine postapokalyptische Welt. Mit New Dawn erwarten uns nicht etwa ein neuer Hauptableger der Reihe, sondern ein Spin-Off. Die Geschichte ist 17 Jahre nach dem Ende von Far Cry 5 angelegt und versetzt uns erneut nach Hope County. Das Leben hat sich allmählich aus dem Chaos erhoben, aber die Überlebenden stehen nun vor einer neuen Bedrohung. Den gnadenlosen Highwayman und ihren Anführerinnen, die Zwillinge Mickey und Lou. Das Spiel erscheint für Playstation 4, Xbox One sowie PC am 15. Februar 2019. Am Mittwoch fand in Köln die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises 2018 statt. Während der festlichen Gala wurden vor über 400 Gästen die wichtigsten Preise für Spieleentwickler in insgesamt 19 Kategorien vergeben. Der prestigeträchtigste Preis für das beste deutsche Spiel ging an Fair Loan Sales von Occamative und Mixed Vision. Der Award für das beste PC Konsolenspiel wurde dieses Jahr an Railway Empire von den Gaming Mind Studios und Kalypso verliehen. Das beste Indie Game 2018 ist CrossCode von Radical Fish Games und Deck 13 Interactive. Und das beste Mobile Game stammt aus der Feder von Philipp Stolenmeier, Supertype. Zudem wurde auch mit THQ Nordic der beste Publisher und mit Paint Bucket Games das beste Studio gewürdigt. Interviews mit THQ Nordic und Paint Bucket Games wie auch die komplette Liste der Gewinner findet ihr in der Videobeschreibung. Auf Reddit machen viele Gerüchte, Halbwahrheiten und auch Leaks ihre Runde. So auch der angebliche Release Date von Star Wars Jedi Fallen Order. Ein anonymer Nutzer erklärte, er habe einer Disney Marketing Präsentation zu Star Wars beiwohnen dürfen und dabei unter anderem den Release Monat erfahren dürfen. Zwei Tage nach Veröffentlichung des Posts, der noch sehr skeptisch wirkte, meldete sich eine in der Vergangenheit bereits vertrauenswürdige Quelle, der Insider-Blog Making Star Wars und bestätigte einige der Gerüchte als deckungsgleich mit seinen eigenen Quellen. So soll der Hauptcharakter ein Überlebender von Anakins Massaker an den Padawanen sein. Und zudem soll das Spiel im November 2019 erscheinen. Doch wir sollten noch vorsichtig sein. Genauere Infos zu Star Wars Jedi Fallen Order vermuten wir zur EA Play im Rahmen der E3 2019. Am Donnerstag fanden in Los Angeles diese Game Awards 2018 statt. Die besten Spiele des Jahres wurden in insgesamt 22 Kategorien gekürt. Zu den großen Gewinnern des Abends zählten God of War und Red Dead Redemption 2, die zusammen sieben Preise abstaubten. Den wohl wichtigsten Award des Abends in der Auszeichnung Spiel des Jahres wurde Kratos gewürdigt. In der Videobeschreibung findet ihr eine vollständige Liste aller Gewinner. Der Landwirtschaftssimulator 19 wird einmal mehr seinen Ruf als Spielephänomen gerecht. Nur 10 Tage nach Release hat sich die Kult-Simulation sowohl digital als auch im Einzelhandel weltweit bereits über eine Million Mal verkauft. Trotz der Tatsache, dass sich der Landwirtschaftssimulator 19 seinen Release-Zeitraum mit verschiedenen internationalen Blockbustern teilen durfte, konnte er unter anderem in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland Spitzenplätze in den jeweiligen Software-Charts belegen. Auch befand sich LS19 bei uns im Test. Den Link zur Review findet ihr in der Videobeschreibung. Das waren die News der KW 49. An dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen. Außerdem interessiert uns eure Meinung. Was sagt ihr zu Far Cry New Dawn? Wird Star Wars Jedi Fallen Order schon im November 2019 erscheinen? Und welches Spiel ist für euch das Spiel des Jahres? Nutzt dafür einfach die Kommentarfunktion des Videos. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.